hallo liebe deutschlernende ich hoffe es geht euch gut ich bin ja jetzt wie gesagt in penang malaysia und penang hat ein paar berge zu bieten oder hügel und deswegen bin ich heute auf einer wanderung und halte mich dadurch fit ich denke das ist wichtig und da ist der berg vielleicht nicht diesen berg aber einen anderen berg werde ich heute besteigen und ich freue mich riesig darauf in ho chi min city gibt es nicht so die möglichkeit zu wandern geschweige denn berge und deswegen werde ich heute wandern und die natur die sich mir hier bietet nutzen und ich hoffe dass es dir auch gut geht ich hoffe dass du dich auch fit hält regelmäßig und gerade wandern ist eine sehr deutsche beschäftigung ja nicht ohne grund gibt es das deutsche wort wann der lust ja die lust am wandern die freude am wandern okay ich wünsche dir viel wanderlust und bis morgen tschüss